Hallo zusammen, wir schließen heute unsere Arbeit am Thema unsere Natur und wir ab und machen Projekte. Überleg dir, was du schon alles kannst und bewerte. Ich kann über die Natur in Belarus erzählen, erklären, warum wir die Tiere bzw. Pflanzen schützen müssen, die bedrohten Tiere bzw. Pflanzen beschreiben und über den Naturschutz sprechen. Das grüne Gesicht bedeutet, das kann ich sehr gut. Das gelbe Gesicht bedeutet, das kann ich. Und das rote Gesicht bedeutet, das muss ich noch üben. Bist du mit deinen Ergebnissen zufrieden? Prima! Nun kommen wir zu den Projekten. Unser Projekt heißt die Plakataktion Bedrohte Tiere. Ersteckt Plakate bedrohte Tiere. Wählt ein Tier oder einen Vogel, das, der bedroht ist. Sammelt Ideen zur Gestaltung der Plakate. Gestaltet Plakate und schreibt Texte zu diesen Plakaten. Präsentiert eure Plakate in der Klasse. Macht in der Klasse eine Informationsstraße. Sie brauchen unsere Hilfe. Es kann zum Beispiel so ein Plakat sein. Oder ihr könnt solche Plakate machen. Viel Erfolg und viel Spaß bei euren Projekten. Bis nächstes Mal. Bis alcool aus. Bis ceitsmoo, da ist zumindest ein Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sihaturm.